Wie? Wie macht Feuerstein zunichte? Welch Elixier vermag es den Wall niederzubringen? Wird der Wall durchbrochen, Feldhelmsklapp? Selbst wenn man ihn durchbreche, eine unvorstellbare Anzahl wäre vonnöten. Tausende, um die Festung zu stürmen. Zehntausende. Aber mein Gebieter, eine solche Streitmacht gibt es nicht. Eine neue Macht erhebt sich. Und ihr, die ist klar. Die alte Welt der Tränen mit Feuer verschmetzt. Und ihr werdet nicht aufnehmen. Wenn das Heer der Uruk-Kai marschiert über wildes Land, dann steht wieder mit der Fleisch auf dem Speiseplan. So dick, tief, wild und breit und das Pferd fest in der Hand. Oh Mann! Oh Mann! Oh Mann! Oh Mann! Oh Mann! Wir werden die Kriegsmaschine in der Hand leiten. Schwer und schwer! Ihr könnt keine Furcht und keinen Schmerz, Seid gezüchtet für den Krieg! In einem Rüst ein schwarzes Ernst, seit Geboren ohne Liebe Es gibt kein Morgen für die Menschheit, nur die eisernen Faust der Ors Schwarze Augen bringt die Endzeit mit der eisernen Angst Es gibt kein Morgen für die Menschheit, nur die eisernen Faust der Ors Schwarze Augen bringt die Endzeit mit der eisernen Faust der Ur-Kai Die Endzeit mit der eischen 17.000 Euro Du bist geboren ohne Liebe Du bist gezichtet für den Krieg Das pure Walzeln ein Gebiet Ganz heute die schwarze Höchsterei Einköpfende Wunschrei Mit der eisernen Faust Mit der eisernen Faust Es gibt kein Morgen für die Menschheit Nur die eisernen Faust Der Orgs Schwarze Horden Bringt die Endzeit Mit der eisernen Faust Es gibt kein Morgen für die Menschheit Nur die eisernen Faust Der Orgs Schwarze Horden Bringt die Endzeit Mit der eisernen Faust Der Uruch Untertitelung des ZDF, 2020